Hallo, Ueli, Laszlo und Raphael. Wir sind hier im Abstieg von Moleson. Es ist 20.30 Uhr. Vor uns der Genfersee. Bereits im Schatten und weiter nach rechts. Eine wunderbare Abendstimmung. Im Westen schlussendlich, respektive im Norden, ist die Sonne dann nie zu sehen. Gleich sind wir wieder unten auf grob blau, auf 1500 Meter an unserem Ausgangspunkt. Ich danke Ueli, Laszlo für die schöne Feierabendtour. Besten Dank.